Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen. Einen schönen ersten Advent natürlich auch. Und nach dem Schnelldurchlauf lege ich direkt los. So, liebe Seele. Wenn du Karten legen lernen willst oder mehr, schau unten in der Infobox. Du hast ja gerade gesehen, 35% auf alles. Der nächste Kurs beginnt auch schon im neuen Jahr, also sei gerne mit dabei. Jetzt aber schauen wir mal in den Tag und wir sehen Erzengel Michael ist da. Ich bin bei dir und gebe dir Mut, die Lebensveränderungen durchzuführen, die du zur Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe brauchst. Hey, vielleicht brauchst du einfach nur den Mut, dich hier bei der Ausbildung anzumelden. Ich würde mich freuen, aber es geht hier auch ganz stark um das Wort für dich zu ergreifen. Man merkt in der Kommunikation, bist du immer so in einem Zwiespalt gefangen und weißt nicht, ob du jetzt wirklich mal durchziehen sollst oder nicht. Nicht nur beruflich, sondern auch im Bereich deiner Mitmenschen, dass du ganz klar Grenzen aufzeigst, nicht mit dir spielen lässt und vor allem auch dir selbst eine Sicherheit aufbaust. Das Ganze liegt hier in einem Elterenthema. Wir haben hier vor allem das Mutterthema, was präsent liegt in der Thematik für mich einzustehen. Das ist nicht so ganz gelernt worden von dir, aber du hast heute einen schönen Impuls der Entscheidung. Der Impuls der Entscheidung zeigt dir auf, dass du für dich das Beste willst und danach auch handelst. Und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, was du dann für dich nutzen kannst. Was schön zu sehen ist, ist hier dieses Quartett, denn die Sicherheit der Kommunikation stärkt dich auch in der Bindung. Also egal ob Partnerschaft oder Familie, du setzt dich gleich und tust dich nicht unterordnen. Das ist sehr, sehr schön. Und in der Entscheidung hast du für dich auch im guten Willen die Fülle liegen. Das soll dir auch mal gegönnt sein. Also du musst dir nicht allzu viele Gedanken machen, wenn du dich für etwas entscheidest. Auch wen du heute triffst, da liegt heute auch sehr viel Mehrwert dabei, weil deine Stimme gehört wird. Und dadurch hast du dich natürlich auch präsentiert. Und wer sich präsentiert, hebt sich selbst an. Sehr schön. Azurid haben wir mit dabei. Tiefgehende emotionale Heilung. Und das passt ja mit dieser Mutterthematik, dass du für dich mehr einstehst, dass du sagst, nein, ich will einfach dieses Ahnenthema durchbrechen. Ihr Herz ist bereit, von vergangenen Erfahrungen geheilt zu werden. Und sie sind gewillt, Zeit und Energie in eine therapeutische Behandlung zu investieren. Ja, auch gut. Komm ins Coaching zu mir. Auch da gibt es 35%. Aber jetzt hier am 1. Advent, natürlich ist es auch eine emotionale Zeit, die aufzeigt, dass Heilung sehr schnell geschehen kann, wenn man sie geschehen lässt. Denn Heilung bedeutet immer auch, sich den Emotionen zu stellen, vor denen man Angst hat. Und die Angst hält halt auf, das zu heilen. Also das ist wirklich ein kleiner Teufelskreis, den du heute aber durchbrichst. Denn im Azurid liegt nicht nur die tiefgehende emotionale Heilung, sondern da haben wir auch dieses Wort, was du für dich ergreifst, dass du für dich Heilung aussprichst. Und wenn du für dich Heilung aussprichst, ist es genauso wichtig und bringt dieses Rezept der Fülle zu dir, wie wenn du dich entscheidest heute. Daher ist es wichtig, dass du in all dem, was du heute fühlst, denkst, was du auch versuchst umzusetzen, dass du immer wieder dein Wohl dabei siehst. Dass du dich nicht unter Druck dazu führen lässt, sondern dein emotionales Feld muss das wollen. Und dann kannst du hier auch das Feld der Weiblichkeit aktivieren, was dir a. Sicherheit gibt, b. sehr viel weibliche Wertschätzung, was dich und deinen Körper betrifft. Und dann haben wir noch das Familienthema, was dann durchbrochen wird, weil du nicht mehr in den manipulativen Kreisen der Ahnen beheimatet bist, sondern vorangehen kannst. Und das ist natürlich sehr schön für dich und das gönne ich dir auch von Herzen. Bethany haben wir mit dabei. Wenn du gut für dich sorgst, da haben wir es auch wieder, für dich sorgen, nützt das allen. Gönne dir heute etwas Entspannendes, wie eine Massage oder ein Meersalzbad. Also, komm vorbei, kriegst auch eine Massage. Ein Meersalzbad ist natürlich auch für deinen Körper eine aktivierende Kraft, was gut ist, was auch die Elektrolyten stärkt. Aber die Massage oder Meditation, irgendwas, was dich entspannt, vielleicht ist es auch der Spaziergang, ein bisschen Sport treiben, Musik hören. Das ist heute das Wichtigste, was du für dich tun kannst. Denn da liegt dann der Aufbau der Fülle und dieses für dich Entscheiden. Denn du wirst ja jetzt nicht unbedingt Musik anmachen, zum Beispiel, die du nicht magst, sondern was auf dich abgeschnitten ist, was dir in dein Feld passt. Und da löst sich dann auch dieses Elternthema. Da merkst du, dass du diese Kraft, die du immer dachtest, nicht zu haben, dass du die schon längst in dir trägst und dich dadurch für deine, nicht nur Begabung öffnest, sondern tatsächlich auch für die Beständigkeit, auf einem geraden Weg zu gehen. Du musst nicht mehr nach links gucken, du musst nicht mehr nach rechts gucken, sondern du gehst gerade deinen Weg und repräsentierst dadurch natürlich auch Fülle auf deinem Weg. Universelles Entfalten haben wir hier auch und das ist natürlich Handlungsfähigkeit schlechthin. Ja, Türkis kommt mit dazu, spiritueller Weg, auch das passt sehr gut. Ihre wahren Überzeugungen werden ihnen klarer, was sie dazu veranlasst, die notwendigen Änderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Auch hier Entscheidung wichtig für dich, denn es ist ein Weg, den nur du für dich bestimmen kannst. Und wenn du das für dich bestimmen kannst, dann wirst du auch einen ganz, ganz großen, ja, wichtigen Impuls leben können, der bisher noch nicht so ganz bei dir im Leben war, nämlich den Impuls deiner spirituellen Kraft. Das ist ja hier dieses weibliche Schöpfer-Tum, wir haben hier aber auch das hellsichtige Tum und das ist für dich eine enorme, ja, Stärke, die du dann auch ausleben kannst und dich damit selbst auch mit dir selbst besser im Einklang bist, ja, du dich selbst wertschätzender ansehen kannst. Sehr, sehr schön. Da haben wir die Isabella. Hey, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für diese neue Unternehmung. Sie glückt und das Ergebnis entspricht deinen positiven Erwartungen. Also, wenn du vorhattest, dich irgendwo zu melden, irgendwas Neues anzufangen, vielleicht eine Reise zu planen, ganz egal was, tue es, denn es steht alles unter deinem Stern der Fülle und somit kannst du nur gewinnen. Für mich heißt es auch, wenn du zu mir in die Ausbildung kommen möchtest, dass du dir gar keine Sorgen machen musst, vor allem ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil es eben noch 35% gibt, du musst es dir nur selbst zusprechen und es muss für dich sein, ja, du musst es für dich tun und nicht für andere Menschen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Du solltest nämlich dich mal auf den Thron setzen, auf den du andere immer setzt. Das ist, ja, ist einfach Fakt, ne? Lapis Lazuli, eine wunderschöner Stein. Noch zum Schluss. Lebensveränderte Erscheinung oder Erfahrung. Sehr gut. Ein großer und segenreicher Wandel steht ihnen bevor und Gott unterstützt sie bei jedem Schritt auf diesem Weg. Und das hast du hier jetzt doppelt. Du hast die Unternehmungskraft, du hast die Entspannung in deinem Alltag heute, was natürlich für mehr Wertschätzung auch dir selbst gegenüber tut und zuspricht. Und du bist in deiner erfüllenden Lebensaufgabe, wo Gott unterstützt und dich natürlich auch führt. Und das wiederum führt dazu, dass du dir Selbstsicherheit zusprechen kannst. Vor allem eben im Thema vom Mutterthema, was du lösen sollst und in der Thematik für dich weiterzugehen und etwas für dich zu tun, was du schon lange wolltest, dich aber nie getraut hast. Jetzt ist deine Zeit und deswegen nutze sie für dich, weil du bist eine Schöpferin, du bist ein Schöpfer. Und kannst, sobald du das Wort für dich findest, alles erreichen, was du erreichen willst.